Musik 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 ... ... Guten Morgen, guten Morgen! Ich bin heute Radio National FM. Ich bin heute ein Wetter auf dem Christus. Ich bin heute hier ein Programm, die Veränderung von den spiritualen Dosen zu verabschieden. Wir haben heute den Moment, Sie haben heute einen Fähig, Sie haben ihn zu unterstützen. Sie haben diesen Freunden, Ich bin der Einwanderer, und der Fidelität, und der Fidelität. Das ist ein Evangelium mit dem Domingo und der des Rituninen. Das Evangelium mit dem Diensten mit dem Diensten mit dem Jesus und dem Wir haben uns die Frage gestellt, die wir in der ersten Frage stellen können. Wir haben uns die Frage gestellt und die Frage gestellt. Wir haben uns die Frage gestellt und die Frage gestellt. Wir haben uns die Antwort auf Jesus Christus gestellt. Wie ist die Runde? Sie sind zu diesem Zeitpunkt. Sie haben die Einfragen, die wir uns dafür geben, für unsere Fidelität und für unsere Kabernahe. Ich bin der Anfang der Zeit, die wir in den Händen haben und die Menschen, die wir in den Händen haben, die wir in den Händen haben, die wir in den Händen haben. und das wirklich eine Familie. Die Fidelität authentisch ist eine Fidelität als die uns mit der Klinik. Das Sucke ist eine Fidelität, die wir vertreiben können und das ist eine Kompetenz, eine Kompetenz. Das eine Kompetenz mit der Klinik bedeutet, dass wir eine Fidelität als die Schiff aus dem Klinik. Wir haben eine große Komprimisse, die die Menschen, die ihre Fähne und die Fähne und die Fähne und die Fähne und die Fähne. Die Fähne und die Fähne und die Fähne und die Fähne und die Menschen. Es ist die Evangelium im Domingo Ohinloro. Es ist die Fidelität in der Welt von Ohinloro, der Aufwand und Modernisiertes und der Welt. Es ist auch die Fidelität in der Welt, die Fassel sind sehr glücklich und sehr glücklich. Aber wenn wir unsere Fidelität haben, dass wir alles tun müssen, dass wir alles tun müssen, dass wir unsere Pratiken haben. Die Pratiken müssen wir unsere Komitimation haben. Wir müssen unsere Seriedad haben, dass wir unsere Komitimation haben. Wir haben die Gäste, die wir in die Gemeinschaft haben. Wir haben uns die Gäste, die wir in die Gemeinschaft haben. Wir haben die Familie mit der Gäste und der Harmonie. Wir haben die Familie mit dem Gehen. Vielen Dank. und die Menschen, die Menschen und die Menschen. Das ist die Hauptsache. Die Hauptsache ist die Hauptsache, die wir nicht kennenlernen können. Erstens, die wir uns mit der Harmonie haben, die wir uns mit der Harmonie haben. Die Harmonie ist mit der Hauptsache. Das ist die Hauptsache, dass wir uns mit dem Fisikus haben. Das ist es darum, uns zu sehen, uns zu sehen. Wenn man einen interessanten und interessanten, dann muss man das erste Zeit erstellen. Daher die Zeit in die Zeit und die Zeit aufhören, beginnt die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit mit der Willen können. Und die Menschen, die sich auf der anderen Seite an zu finden, und die Menschen in der Nähe des Menschen zu finden, und die Leute zu machen. Die Menschen, die Menschen zu machen, sie zu machen, sie zu machen. Die Menschen haben sie sich auf die anderen Seite und sie zu machen, und sie zu finden, die sich für die Leute zu machen. Das ist, dass wir die Familie immer wieder in der Lage sind. Das ist, dass wir die Familie immer wieder in der Lage sind. Das ist eine große Herausforderung, die wir in der Schule und in der Schule gehen. Auch wenn wir die Möglichkeit haben, die Wonten, die Wonten, die Worte, die Worte und die Worte, die wir in der Schule gehen, die wir in der Schule gehen, die wir in der Schule gehen, die wir in der Schule gehen. Auch wenn wir die Familie nicht verstehen, wenn es wird es nicht so gut für unsere Beziehung. Wir sind in einem anderen Wissen. Wir wollen uns nicht so gut verabschieden, wenn wir uns Menschen nicht so gut verstehen, Das ist ein bisschen das Glück, sondern wir haben alles in der Prontedung, die Situation, die Gefahrung, die Situation und die Gefahrung. Wir haben uns ein bisschen die Hörerung und die Humildade. Wir haben uns einen Egoismus. Wir haben uns einen Egoismus für unsere Wolle und unsere Wolle. Das ist das Problem, dass die Realität der Komplexe ist und die Situation modernisierte, die wir in der Schule lieben können. Wir müssen uns nicht nur die Provinzieren, sondern auch die Füße und die Füße. Es ist das, wenn wir uns der Christen sehen, dass wir uns das letzte Mal sehen haben, dass wir uns das Licht angekommen haben, dass wir uns das eternal sein wollen, dass wir uns das Leben schützen würden. Wir lieben uns, dass wir uns das Christus tun. Wir lieben uns das, dass wir uns jetzt haben, Ich hoffe, dass die Fähigkeiten der Wälder nicht möglich sind. Ich hoffe, dass wir die Wälder nicht möglich sind. Die Wälder und die Wälder sind, die Wälder sind, dass wir die Wälder nicht möglich sind. Wir müssen die Wälder nicht wahrnehmen, die Probleme haben. Ich hoffe, dass wir die Wälder nicht möglich sind. Sie werden das neue Jahrzehnt zu erfahren. Sie können die Familie ausgehen, die die sie zu tun. Sie können die Familie nicht Kinder. Sie können die Schwerfer auswählen. Sie können das letzte Mal wieder failures sein. Sie können sie eine Ehreinheit und eine Vielzigkeit und eine Werteidigte und eine Hoffnung. Sie müssen die Arme zur Zusammenarbeit und die Matrimonien, die wir, wenn wir uns der Zweig, der Familien aufgebunden sind. Und wir können das so ein paar Gräste und die Fidelität und der diese Realität nicht vorstellen.